In allen 14 Anklagepunkten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Zerstörung von Kunstwerken von unschätzbarem Wert und Brandstiftung. Möchten Sie noch etwas sagen, bevor das Urteil vollstreckt wird? Wissen Sie, da war diese Biene. Ich bin Trevor von House Hitters Deluxe. Hallo Liebling, hier ist dein Dad. Ich habe endlich einen Job. Wir können natürlich trotzdem in den Urlaub fahren. Schätzchen, ich rufe dich wieder ein. Hau auf! Hie, raus! Stirb! Alles in Ordnung? Ja, klar. Was? Zeig nicht! Ja! Ich rufe mich nicht! Vielen Dank.